Hallo und herzlich willkommen zum ersten Tutorial von Lotto Baden-Württemberg und mir. Heute möchte ich euch die ersten Basic-Tipps zeigen. Kommt mit! Achtet darauf, dass ihr immer einen Finger an der Bremse habt und eure Pedale in einer waagrechten Position stehen. Ob ihr dabei den linken oder den rechten Fuß vorne habt, das muss jeder für sich individuell entscheiden.